Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ich möchte dich heute mit diesem kleinen Video einfach nur mal dazu ermutigen, an dich selbst zu glauben, an diese innere Stimme an dir zu glauben, an diese innere Kraftquelle selbst in dir zu glauben, die da ist, die immer da ist, die dir auch immer Kraft und Energie spenden möchte, nur wir sind oftmals so sehr im Alltag gefangen und sind immer nur dazu geneigt, im Außen zu schauen, dass es uns ja oftmals gar nicht in den Sinn kommt, nach innen zu schauen, sich gerade in Stresssituationen mal nur für fünf Minuten herauszuziehen und den Atemstrom auf den Körper zu richten, auf sich selbst, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit auf den Körper zu richten und nochmal Kontakt aufzunehmen mit dieser inneren Kraftquelle selbst und dann zu merken, ja, die ist da und die möchte mit mir auch dahingehend kommunizieren, dass sie mir Rückenstärkung geben möchte, um weiter auf meinem Weg zu bleiben und an mich selbst zu glauben. Schau mal, wenn du selbst nicht an dich glaubst, wer soll dann an dich glauben? Wenn du selbst an dich glaubst und in deiner Mitte ruhst, deine innere Kraftquelle selbst entdeckt hast, dann wirst du auch merken, wie dein Umfeld sich verändert, wie plötzlich auch andere Menschen dir auf die Schulter klopfen und auch an dich glauben. Alles fängt immer hier im Innen bei einem Selbst an. Ich wünsche dir jetzt aus ganzem Herzen, dass du ab sofort aufhörst, an dir zu zweifeln und wirklich aus ganzem Herzen an dich selbst glaubst. Schieb dir eine herzliche Umarmung. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Amgad. Tschüss, deine Amgad.